Herzlich Willkommen bei Screen Professional, Ihrem Vertrieb für hochwertige Heimkino-Produkte der Referenzklasse. Mein Name ist Ralf Lulay und im heutigen Video möchte ich ein solches Produkt vorstellen. Es geht nämlich um den Einstieg in die Welt der SIM2-Projektoren. Der Domino 4H ist ein Laserprojektor mit 3000 Lumen Helligkeit. Unserer Meinung nach prädestiniert für den Einsatz im Wohnzimmer. Warum? Nun, der Domino 4H ist klein, kompakt, hat dasselbe edle Kristallglasgehäuse wie auch die großen Brüder Crystal und Nero. Er hat ebenso die Flüssigkühlung und ist damit äußerst leise in Betrieb. Fast schon selbstverständlich bei SIM2 ist ein hochwertiges Objektiv und auch der Domino hat denselben großen DLP-Chip wie der Crystal und Nero. Damit zeichnet das Gerät äußerst scharf ab. Er hat einen hohen Farbraum und dank Laserlight Engine mit 20.000 Stunden Laufzeit ersetzt er quasi einen Fernseher. Zumindest in Kombination mit einer Hochkontrastleinwand wie beispielsweise der Firehawk G5 von Stuart Filmscreen oder gar die noch stärkeren Modelle Phantom Haler und Phantom Haler Plus. Das Gerät bietet neben einem Lenshift auch alle Anschlussmöglichkeiten, die wichtig sind. Und SIM2 hat auch dem Domino dieselbe proprietäre HDR-Verarbeitung spendiert, die in der Projektorenwelt ihresgleichen sucht. Auch Zwischenbildberechnung ist an Bord. Es fehlt dem Gerät also tatsächlich an nichts, was wichtig ist, um über viele Jahre hin mit dem Gerät Spaß zu haben. Ja, wenn Sie das interessiert, ich blende Ihnen unsere Mailadresse ein, office-at-screen-professional.de. Hier können Sie uns gerne kontaktieren oder Sie rufen uns einfach an. Wir beraten Sie gerne vorab telefonisch und empfehlen Ihnen einen Händler in Ihrer Nähe. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, Sie beim nächsten Video wieder mit dabei zu haben. Machen Sie es gut. Tschüss.